Was können wir jetzt ruhig nicht sehen? Dü, 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 hallo Adi, hallo Adi, 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 oder unten läuft jemand. So, willkommen zu einer neuen Folge, nicht Pokemon Go, aber trotzdem auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben ja in letzter Zeit hier diese scharfen Nudeln probiert, getestet sozusagen, und nicht nur der Bockwurstking hat getestet, nicht nur der Ramses hat getestet, nicht nur Pupsi hat getestet, sondern der Hannes Schröder hat auch getestet, kennt ihr noch den Hannes Schröder? Der hat mich schon öfters mal, wir haben uns schon in letzter Zeit öfters zusammen geradet, der hat mir schon ein Fanpaket geschickt, der hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht, von dem ist diese wundervolle Ray Mysterio Maske, ne, dem habe ich jetzt ein Paket von diesen Nudeln geschickt, eine Packung, der hat auch direkt die probiert, hatte ich gegessen, und was dabei rauskam, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Grüße gehen raus an den Hannes Schröder, coole Sache, dass er da ein Video gemacht hat, und wie gesagt, ich habe ja immer noch Natururin nominiert, und Flatti und Manns Haulwurf, und eigentlich versuche ich die ganze Zeit meine Mom zu überreden, dass sie die auch mal probiert, aber ich glaube, dann fällt die tot um. So, vielleicht hat sie ja Bock, wenn sie das Video vom Hannes sieht. Jetzt aber, ab der Hase, ne, oder wie hat der komische Typ gesagt, ab geht der Fisch, oder scheiß drauf, jetzt gibt's Nudeln! So, Rahmsitz, ich danke dir für die Nominierung, und ich nehme sie gern an, und ich danke dir nochmal für das Päckchen, und für die Nudeln, und für deine Autogrammkarten. So, ich habe hier auch schon die Nudeln vorgekocht, die sind hier. Ja, dann haue ich jetzt erst einmal auch das Pulver mit drauf. Jawohl. Ja, das Pulver ist mit drauf. Jetzt kommt die Soße noch mit drauf. Warte, schneiden wir mal ein. Jawohl, die Soße läuft raus. Wunderbar. Alles leer. Nichts mehr drin. Wasche ich nur kurz mal nochmal die Hände ab. So, ich vermenge es erst mal kurz, mal schnell ein bisschen. Wunderbar. So, la la. Ja, mit der Soße vermengt. Und, guten Appetit. Einen Moment noch. Tut mir leid, Ramses, das ist mir noch nicht zu scharf genug. Ich haue mir noch ein bisschen Tabasco drauf. Und jetzt, guten Appetit. Der schmeckt einfach nur hammergeil. Und jetzt, guten Appetit. Und jetzt, ich danke dir nochmal, auch für Pupsi. Danke ich auch, Pupsi. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.